Herzlich Willkommen die Motorradfreunde. Heute nehmen wir euch wieder mit nach Friol. Wir starten unsere Motorradtour in Cercivento. Das Ziel ist der Monte Zufplan. Auf dem Weg dort hinauf passieren wir auch noch den Monte Tencilla und den Piezo del Cuavo. Hier starten wir in Cercivento. Von Cercivento bis zum Monte Zufplan sind es etwa 16 Kilometer. Von den 16 Kilometern sind etwa 11 Kilometer asphaltiert. Der Rest ist ein Schotterweg. Der ganze Weg ist durchgehend nur einspurig. Der ganze Weg ist durchgehend nur einspurig. Der Mal hinget supers Spot über 4 Kilometer K taxi vandaag. Derae Station gehen zurück unter 1 Kilometer Seite beginn? Das ist es genau noch. Da ist sidigo weiter erlaubt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ab hier beginnt dann der Schotterweg Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die letzten zwei Kilometer war der Schotterweg sehr grob. Hier links ist der Pizzo del Cuavo. Hier ist der Pizzo der Pizzo. Dort rechts oben beim Sender ist der Gipfel des Zofplans. Leider kann man nicht ganz hinauffahren. Und das ist jetzt das Fahrverbot. Oh schade. Da gehen jetzt die Tiere und das ist das Zü. Genau, das ist das Zü. Das ist ja eh. Das war unsere Motorradour auf dem Monte Softplan. Den GPS Track zu dieser Fahrt findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und weitere Informationen zu dieser Tour auf unserer Webseite. Vielen Dank fürs Zusehen.